Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via Paypal mit einem Euro im Monat über patreon.com slash masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Nach der Operation sagte der Arzt zu mir, sie dürfen 24 Stunden keine Maschinen bedienen. Jetzt stehe ich wein vor der Kaffeemaschine. Fleisch soll in Zukunft teurer werden und Zupfern günstiger. Also wer demnächst ein Schnitzel im ICE isst, für den ändert sich nichts. Bei manchen Menschen wünsche ich mir zwei blaue Häkchen auf der Stirn, damit ich weiß, dass meine Antwort angekommen ist. Ihr Frauen sind verpflichtet zu kochen, denn laut Genfer Konvention steht jedem Gefangenen eine warme Mahlzeit am Tag zu. Ich hoffe, das Papiertaschentuch, das sich gemütlich durch die Waschmaschine dreht, spürt meinen Hass. Gestern bin ich in ein Dorf gefahren und las dort auf einem Schild Pferdeboxen hier. Das ist doch ekelhaft. Ich finde Hahnen- und Hundekämpfe schon ekelhaft. Aber das... Ich? Liebes Tagebuch. Mein Tagebuch? Nein, 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 bitte nicht. Hat mir preiswert in China Zahnersatz machen lassen. Alles gut, aber sobald ich Hunde sehe, läuft irgendwie das Wasser im Mund zusammen. Verkehrskontrolle, haben Sie was getrunken? Nein. Müssen Sie aber, mindestens zwei Liter am Tag. Jetzt kannst du dir wieder von den Lehrern anhören, dass sie keine Ferien haben, sondern Unterricht vorbereiten. In der Toskana, beim Rotwein. Tote Zimmerpflanzen gieße ich immer noch einige Monate lang mit, damit die anderen Pflanzen denken, es sei alles in Ordnung. Mein bester Furz war der, als ich im Keller furzte und meine Frau aus dem zweiten Stock rief, Hör mal, der Nachbar spielt jetzt auch Didgeridoo. Ich hatte das mal, mein bester Furz war, da war ich noch 14, 13, 14. Da habe ich mit einer Mädel, mit einer Mädel Video-Chat in ICQ gemacht. Ich habe gefurzt und ihre Mutter rief aus dem Erdgeschopft. Boah, Tatjana, ey! Das war mein bester Furz. Was war euer bester Furz? Schreibt es in die Kommentare. Der Nachteil am Brüsten. Ständig krümelt man Essen in den Ausschnitt. Vorteil am Brüsten. Manchmal findet man unerwartet etwas zu essen. Der Patient blutet stark. Üben Sie Druck auf die Wunde aus. Hey Wunde, deine Mathematiknote wird dein ganzes Leben bestimmen. Deutsche Autobahn aus der Sicht eines Schweizers. Es ist 80 kmh signalisiert. Ich fahre 100. Ich werde nichts überholt. Man sagt, die schönste Form der Rache ist ein glückliches Leben. Blödsinn, Wespen in der Autolüftung sind die schönste Form der Rache.